Herzlich Willkommen auf musikmachen.de, der Max hier, neben mir der Andreas, wir sind bei Sigma Guitars, sehr schöne Gitarren, ich bin Fan von. Also, was hast du zu erzählen? Ja, das ist eine Neuheit, auf alle Fälle, das ist einer der ersten vollmassiven Modelle von Sigma, die es gibt. Es gibt eine neue komplette Stage-Serie, also Bühnen-Gitarren, und zwar Besonderheit auf alle Fälle vollmassiv, massive Sitka-Fischendecke, Bodenzeige Palisander oder Mahagoni, Fishman-Tonabnehmer-System mit Tuner-Blend-System, Mikro- und Steg-Tonabnehmer, Besonderheit bei diesem Modell, Ebenholz-Griffbrett, Ebenholz-Griffbrett-Brücke und diese schwarzen Knops. Ich habe mich jetzt schon verliebt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich gehe direkt in den Laden und kaufe zwei. Ciao.